Jada Pinkett-Smith wurde als toxische Narzisstin abgestempelt. Sie hat versucht, nicht nur ihre Familie zu manipulieren, sondern auch andere. Deshalb hat Mrs. Smith eine lange Liste von Feinden, von denen einige früher ihre Freunde waren. So wie ein langjähriger Mentee der Smiths, August Arsena, oder eine andere Promi-Matriarchin, Kris Jenner. Ihr Ego hat großen Schaden angerichtet. Lange bevor Jada anfing, ihren Mann zu demütigen, war sie eine Ehebrecherin. Will war noch mit Cherie Sempino verheiratet, als Pinkett ins Spiel kam. Aber Jada war es egal, dass Wills dreijähriger Sohn mit Cherie ohne Vater zurückbleiben würde. Außerdem gab sie auch zu, dass sie Cherie hasste. Und Jada wollte Will nicht einmal heiraten. Pinkett tat dies nur, weil sie schwanger wurde und ihre Mutter sagte, dass es das Richtige sei, dies zu tun. Aber die Mutterschaft hat Jada erweichen lassen. Sie versöhnte sich schließlich mit Sempino und nahm ihren Sohn Trey in die Familie auf. Ich musste eine Frau umarmen, die ich hasste, seine Ex-Frau. Das war ein großer Schritt für mich. Ich wollte sie buchstäblich umbringen und habe sie wie eine Schwester angenommen. Heute lässt Jada Will mit Cherie und dem gemeinsamen Sohn in den Urlaub fahren. Viele Internetnutzer kritisieren jedoch, wie nahe sich die beiden Frauen jetzt stehen. Sie denken, dass dies eine offene Ehe propagiert. Und genau das wird Jada vorgeworfen, dass sie Will dazu drängt, Dinge zu akzeptieren, die ihn verletzen. Jada hat nie an die konventionelle Ehe geglaubt. Jada hatte Familienmitglieder, die eine unkonventionelle Beziehung führten. Sie wuchs auf auf eine ganz andere Weise als ich. Jada brachte Will dazu, zu glauben, dass auch er eine offene Ehe wollte. Er wollte seine Frau nicht verlieren, also hatte er keine andere Wahl. Aber die Öffentlichkeit war schockiert, als sie erfuhr, wie weit das tatsächlich ging. Jada hatte eine jahrelange Affäre mit dem Freund ihres Sohnes, dem Sänger August Alcina, der 20 Jahre jünger ist als sie. Als die Internetnutzer das herausfanden, erklärten sie es für extrem inakzeptabel. Ich bin so alt wie Jada und ich könnte mir nicht vorstellen, mit einem Kind zu schlafen. Ich habe keinen Respekt vor ihr. August war derjenige, der sich verplappert hat und behauptete, Jada hätte ihm das Herz gebrochen. Jada behauptete, August habe sich an sie gewandt, weil er selbst Probleme hatte. Offensichtlich hat Jada ihre Beratung auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ich glaube ihm, Will und Jada haben ihn aufgenommen, als er krank war und mit einer Sucht zu kämpfen hatte, und Jada hat ihn ausgenutzt. Keine Betreuung sollte jemals sexuell werden. Jada hat nie bedacht, wie sehr ihre Affäre Will schaden würde. Anstatt im Privaten zu heilen, nutzte Pinkett Smith den Schmerz ihres Mannes für Klicks in ihrer Talkshow. Jada ging sogar so weit, zu sagen, dass sie nichts falsch gemacht habe. Sie behauptete, dass sie und Will damals eine Pause eingelegt hätten. Jada zeigte nie Reue für das, was sie Will angetan hatte. Aber ich sehe es nicht als eine Transgression. Durch diese besonderen Reise habe ich so viel über mich gelernt. Pinkett Smith hat die ganze Tortur einfach als Heilung bezeichnet. Und es war wirklich eine Freude, jemanden zu helfen zu heilen. Doch die Öffentlichkeit ließ sich nicht so leicht täuschen. Sie lässt fremdgehen, wie eine spirituelle Erfahrung klingen. Das ist doch lächerlich. Sie reißt sein Herz in Stücke. Jada gefällt es sicher, zwei Menschen in Stücke zu reißen. Sie fühlt sich bestimmt so mächtig. Es sieht so aus, als wären Will und August nicht die einzigen, die unter ihrem egoistischen Verhalten gelitten haben. Viele Hater glauben, Jada habe auch ihre Kinder vernachlässigt. Vor Jahren schockierte ein Bild von Jadas Tochter Willow die Zuschauer. Auf dem Foto lag die damals erst 13-jährige Willow auf einem Bett neben einem sieben Jahre älteren Mann. Ohne Hemd. Hater fanden das Bild äußerst unangemessen und das Jugendamt untersuchte die Angelegenheit. Jada verstand jedoch nicht, was die große Aufregung sollte. Sie bestand darauf, dass das Foto völlig unschuldig sei. Aber sogar ihre eigene Tochter kritisierte ihre Erziehungsfähigkeiten. In einer Red Table Talk Folge gab Willow zu, dass sie nach ihrem Hit Whip My Hair psychisch litt. Die Sängerin war erst neun Jahre alt, als sie den Song aufnahm und fühlte sich so schlecht, dass sie sogar versuchte, sich selbst zu verletzen. Kritiker warfen Jada vor, eine egoistische und unaufmerksame Mutter zu sein. Und Willow sagte einmal, wie enttäuscht sie darüber sei, wie ihre Eltern mit ihrem Erfolg umgingen. Ich hatte definitiv, dass ich dich und dein Vater verletzen habe, für das Foto mit meinem Haar. Dann kam die Nachricht, dass Jada sich mit 15 Jahren emanzipieren wollte. Dies bestätigte die Meinung der Hater, dass Jada ihren Kindern nicht genug Grenzen setzt. Als Jaden dann auch noch seinen geschlechtsneutralen Stil einführte, wurden die Reaktionen noch schlimmer. Er trug einen Rock und ist nicht das, was die Leute für einen typischen schwarzen Mann halten. Wenigstens hatte Pinkett Smith in ihrer engen Freundin Kris Jenner eine Verbündete. Aber Jada hat auch ihre Freundschaft mit Kris ruiniert. Der Streit begann, nachdem Jenners Tochter Khloe das Model Jordan Woods beschuldigte, ihre Beziehung ruiniert zu haben. Jordan wurde dabei erwischt, wie sie Khloes Baby Daddy auf einer Party küsste. Gleichzeitig war Woods Jadas lebenslange Mentee und Freundin. Als die Kardashians versuchten, den Ruf des Models zu ruinieren, hielt sich Jada nicht zurück. Stattdessen lud sie Woods ein, bei Red Table Talk ihre Sicht der Dinge zu schildern. Kris empfand das als Verrat, und beide Familien entfolgten sich später gegenseitig in den sozialen Medien. Einige von Jadas anderen Fäden sind so alt, dass sie sich nicht mehr an den Grund erinnern kann. Jada hatte Streit mit Gabrielle Union, und sie haben seit 17 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Jedes Mal, wenn wir uns sahen, gab es Spannungen zwischen uns. Als wir telefonierten, um herauszufinden, woran es lag, konnten wir es nicht herausfinden. Wir waren einfach jung und Diven. Offensichtlich hat sich Pickett Smith in Hollywood ein paar Feinde gemacht. Der Vorfall bei den Oscars hat ihr weitere verschafft. Alle waren schockiert, als Will handgreiflich wurde, um die Ehre seiner Frau zu verteidigen. Alle, außer Jada, die einfach nur da saß und lachte. Die meisten Leute sind auf Wills Seite. Vatergott, bitte befreie meinen Bruder Will von den Fesseln Jadas, tweetete ein Internet-User. Jada wacht jeden Morgen auf und sagt, wie kann ich Will heute in Verlegenheit bringen, sagt ein anderer Tweet. Aber warum verhält sich Jada so? Was bringt sie dazu, die Menschen, die sie liebt, zu verletzen? Jada hatte zu Hause kein gutes erzieherisches Vorbild, denn ihre beiden Eltern haben sie im Stich gelassen. Ihre Mutter hat sie selten umarmt. Außerdem war Jada schon ein Teenager, als sie von den Problemen ihrer Mutter erfuhr. Jada hat auch miterlebt, wie aggressiv ihr Vater gegenüber ihrer Mutter war. Ihre harte Kindheit lehrte sie schon früh, auf sich selbst aufzupassen und sich zu schützen. So begann Jada, ihr eigenes Glück über das der anderen zu stellen. Im Laufe der Jahre hat Pinkett Smith sich selbst reflektiert und sich ihre eigenen Fehler eingestanden. Aber nicht jeder glaubt an ihre Aufrichtigkeit. Jadas Vorstellungen davon, was es bedeutet, eine aufgeschlossene schwarze Frau zu sein, bedeuten nichts, wenn ihr Verhalten anderen schadet, vor allem denen, die sie zu lieben vorgibt. Für Jada ist die Wahrheit das, was ihr gerade passiert. Aber was denkst du? Wird Jada jemals ihr Verhalten ändern und aufhören, ihre Liebsten zu verletzen? 2. 6. 6. 8. 8. 10.